Und damit herzlich willkommen zurück bei Portal 2 Custom Map. Heute wieder, ich hab schon wieder den, von Zwilvan Houghton Over Under. Der zweite. Wie fehlt vom Co-Op-Modus den Tasten-Teil eben? Da oben. Oh, oh, oh. Genug. Oh, ich bin tot. Oh, du hast das. Autsch. 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 Ooi. Ok, ich bin in der Kässe. Oh, ah, ok. Nein. Was für den? Du siehst aus wie ein Ball. Ich krieg jetzt erstmal hier nicht weg. Weil... Das Teil ja. Na ach, ich hab einen Fehler zuvor. Was haben wir hier noch? Wow. Was? Ich speicher mal. Ah. 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 Oh, ach. Ah. Ah. Oh. Oh. Oh, oh. Uh. Oh, oh. das war schon voll gut das jetzt ich glaube ok 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 er bringt mich nach oben oder 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 wo No way! Come here! Come here! Yeah! Oh! Oh! What? What? I have to do this! No! Oh! Where is the Treppe? Oh! Ah! My Kurve is up! Cool, would I have to do this? I would have to do this one... ...the... 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 ...and... ...ill... ...four... ...plus... ...as so, wir sehen uns bei der nächsten Map... Bis dahin... ...tschüss! ...